So, weiter geht's! Erster Palast geschafft und da erwartet mich auch schon Frau Eule, oder Herr Eule. Uh, das ist ein Musikinstrument, der sie sehen. Ich hätte nicht gedacht, dass du es findest. Wieso hast du mich dann überhaupt hier hingeschickt? Einfach mal ausprobieren, ne? Du musst sie alle sieben finden. Und ich habe die Aufgabe, dir den Weg zu zeigen. Nun führte ich deinen Weg in den Schleimsumpf im Norden. Da war doch noch was. Ach ja, uhu. Sehr gut! Autsch! Hm, der Sumpf. Den mochte ich nicht so gerne, muss ich sagen. Wow! Hey, Duda, es ist etwas ganz Schlimmes geschehen. Ja, ganz schlimm. Die Moblins sind ins Dorf gekommen. Ja, ganz viele. Eine ganze Gruppe von Miblons, äh, Moblins. Dann sind sie zu dem Haus. Ja, das Haus von Schzuppi und der Frau. Sie haben etwas ganz Böses getan. Oh ja, das war vielleicht böse. Schweig. Hm, finde besser selbst das Haus, was geschehen ist. Okay! Oh! Wo ist Schzuppi? Kreisch! Kreisch! Es ist entsetzlich! Sie haben mein Schzuppi entführt! Sie, die... Mo... Mo... Moblins! Warum hilft denn keiner meinem kleinen Schzuppi? Voll die Panikmusik, ey. Das ist geil. Oh, ich ballte erstmal die Feder. Obwohl ich lieber mit dem Schild gehe. Boah, geizige Moblins. Wo gehe ich am besten lang? Nice try! Oh! Jetzt gibt's nichts zu lachen für die Gegner. Yeah, Baby! Und mein zweites Herzteil! Ja! Hier muss ich rein. Hey, was willst du hier? Jungs, wo seid ihr? Ich brauche Hilfe! Wie diese Panikmusik. Ähm, ja. Das Schild, glaube ich. Der Schild! Du musst ein Kopfgeldjäger sein, den Madame Miu Miu gesandt hat, um ihren Köter zu retten. Du sollst erstmal dich retten. Haha. Ich frag mich, ob ich ihn zweimal schlagen kann. Tatsächlich! Gefährlich! Hey! Das war ja wohl mies. Hahaha. Da macht er ein dummes Gesicht. Strupp, Strupp. Du hast Struppi gesättet. Ein furchterregender Köter. Ohohohoho, voll nett! Ohohohoho, voll nett! Der ist cool! Den sollte Link immer dabei haben. Ich weiß nicht, macht er einen langsamer oder nicht? Ohoho, das ist ein furchterregendes Tier. Was du bei dir hast. Vergiss nicht das Musikinstrument im Schleimsumpf. Ja, ja. Ja, Papi. So, ich will kurz hier rein. Das ist auch neu. Wir zerfen uns später, wenn du allein bist. Achso. Ähm. Kurz geguckt, ob hier was ist. Diesen Fotografen gibt es auch nicht bei der alten Version. Nur bei der Game Boy Color Version. Muss man nicht machen, aber ist ganz witzig. Wenn man die Bilder danach sieht. So, um ein bisschen die Karte zu erforschen, gehe ich hier lang. Ja, ja. Ich will nämlich die Karte auch komplett haben. Ja, ein Götterhorn, aber... Okay. Hier müsste der Friedhof sein. Wo später auch ein extra... extra Dungeon ist. Was ich jetzt aber nicht machen will. So, bei Gaya Walli war ich nur nicht. Aber das ist ja auch nicht unbedingt nötig. Okay, Jungs. Keine Zeit zum Plaudern. Wow. Aber viele Souvene habt ihr. Lalalala. So, ouch. Hier müsste Dr. Wright drin sein. Heißt er so? Ja, doch. Bekannt durch SimCity. Oh, mit dem muss ich ja später quatschen. Die Teile sind mies. Die zocken einem das Schild. Den Schild. Ja, 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 ja. Ist ja gut. Fress auf. Ach, das lohnt sich nicht. Zack. Lalalala. 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 Oh. Telefonhäuser. Da kann man sich wichtige Tipps abholen, wenn man nicht weiter weiß. Ah, guter Stupi. Weiter so. Immer weiter so. So, jetzt hier. Das musst du kaputt machen, ja. Du hast 50 Flubine gefunden. Sehr schön. Chris! Die Teile ziehen nicht einfach viel ab. Oh, die Gin-Klotte. Ich mag den Boss nicht. Aber, sollte trotzdem machbar sein. Ja, mit dem Schlüssel. So, erst links, oder? Ich guck erstmal nach... Ach, schwierige Entscheidung. Ich hol mir erstmal hier das ab. Wow. Oh! Ah, da brauche ich mal wieder die Feder. Stirb. Du hast einen Schnabel aus Stein gefunden. Suche nach der zugehörigen Eulenstatue. So. Wie kann man sich eigentlich das Zauberpulver wieder auffüllen? Das habe ich ganz vergessen. Ey, ey. Komm her, komm her, komm her. Come on, come on, come on, come on, come on. Ey. Merci. Das kann ich ja schon mal umschalten. Ey. Kurzeit-Gedächtnis. Bei mir nicht vorhanden. Ja, das... Ja. Wollte ich nicht. So, wie komme ich da ran? Das sind Shy Guys. Ganz vergessen zu erwähnen. Hier wird vieles von der Mario-Welt abgearbeitet. Mir fällt jetzt aber kein anderes Beispiel ein, außer noch die Goombas. Aber es gibt bestimmt noch irgendetwas, was mir jetzt gerade halt nicht einfallen will. So, hier gibt es einen Schlüssel. Skelettkrieger. Ah, da gibt es ja schon Zauberpulver. Und noch ein Schlüssel. Nice. Kommt jetzt schon so ein kleiner Mini-Gegner? Nee, noch nicht. Stachis. Schon wieder. A-Tag-Ey. Ich muss euch nicht kaputt machen, aber ich mache es trotzdem. Oh, was muss man hier machen? No. Nicht gut. Toll. Ey. Sehr schön markiert. Damit auch jeder Depp dazukommt. Wenn es mir ein bisschen lernt. Wir quantitiesen müssen. Weiteln. Boast mobile Ei ers Gaussian. Weiteln. Untertitelung des ZDF, 2020